Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter in Deutschland sind Teil der Organisationsstruktur der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Es gibt derzeit in Deutschland 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter mit über 130 Außenbezirken und Bauhöfen. Im Rahmen einer Reform der WSV werden die Anzahl der Ämter in den nächsten Jahren reduziert und dabei neu strukturiert. Das WSV-Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 24. Mai 2016 bezeichnete die Wasser- und Schifffahrtsämter und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung neu. Später werden die zusammengeführten WSE ihre bisherigen Ortsnamensbezeichnung verlieren und dann als Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt plus Gebietsbezeichnung tragen. Einordnung in die Organisationsstruktur Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter sind Ortsbehörden und bilden die Unterinstanz. Sie sind seit dem 1. Mai 2013 der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt nachgeordnet. Die ihrerseits dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur untersteht Aufgabenbereiche. Im Infrastrukturbereich nehmen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter folgende Hoheitsaufgaben für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Des Bundes war Unterhaltung und Betrieb der Bundeswasserstraßen sowie der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen. Wahrnehmung strompolizeilicher Aufgaben, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen, Wasserstandmeldungen, Eisbekämpfung. Nach dem Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt nehmen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter folgende. Hoheitsaufgaben für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes war, Förderung der Binnenflotte und des Binnenschiffsverkehr. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Verhütung von der Schifffahrt ausgehender Gefahren und schädlicher. Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes. Erteilung der Erlaubnis zur Fahrt auf dem Bundeswasserstraßen für Wasserfahrzeuge. Nach dem Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt nehmen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter folgende. Hoheitsaufgaben für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes war, Förderung der deutschen Handelsflotte und die Vorsorge für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Seehäfen. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Verhütung von der Seeschifffahrt ausgehender Gefahren und Schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes. Seewärts der Begrenzung des Küstenmeeres, Schifffahrtspolizei. Abwehr von Gefahren sowie die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung. Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die dem Bund auf dem Gebiet der Seeschifffahrt aufgrund sonstiger Vorschriften obliegen. Sonstiges Der Personalbestand der gesamten Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung umfasste nach eigenen Angaben 2015 rund 11.100 Beschäftigte. 2006 waren es noch rund 13.000 Mitarbeiter. Der Personalabbau erfolge durch Einsparvorgaben des Bundeshaushaltsplans und durch die Verlagerung von Aufgaben zu anderen Dienststellen des Bundes.